Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LANDEG TV. Ich begrüße Sie heute hier im neuen Fitnessclub Witterdom. Und wir haben folgende Themen für Sie. Die Fahne des Burschenbundes Bians ist in die Jahre gekommen und wurde im Land Salzburg restauriert. Imstourismus und die Imster Bergbahnen bieten in Kooperation den neuen Trend Speedhiking an. Zum Herz-Jesu-Sonntag werden traditionell im ganzen Bezirk Bergfeuer veranstaltet. Da ist der Wurm drin. Die Rede ist von der Burschelkirche in LANDEG. Wandern im Kaunertal, genau mein Klima, heißt der neue Wanderführer, in dem Wetter- und Klimainfos kombiniert sind. Wir haben in unserem Archiv den Beitrag vom LANDEGer Stadtfest 2010 gefunden.